Das Haus St. Josef ist ein Senioren- und Pflegeheim in Innsbruck. Die Geschichte des Hauses St. Josef ist eng mit den Vinzenzgemeinschaften verbunden. Hier wurde österreichweit einzigartig die erste Vinzenzgemeinschaft zur Linderung der Einsamkeit der Heimbewohner gegründet. Denn es gibt zahlreiche Hausbewohner, die kaum Besuche erhalten, einsam sind und kleine Hilfen brauchen. Mit der Gründung der Vinzenzgemeinschaft will man sich den neuen Nöten stellen. Die Mitglieder der Vinzenzgemeinschaft wollen den Heimbewohnern Begleiter und Helfer sein oder ihnen einfach ihre Zeit schenken. Darunter fallen unter anderem Besuchsdienste, Spaziergänge oder Ausflüge. Das Haus St. Josef, ein Ort der Sicherheit, ein Ort der Nächstenliebe, ein Heim der Menschlichkeit im Herzen von Innsbruck. Das Haus St. Josef, ein Ort derURE Das Haus St. Josef, ein Ort der anytime. Das Haus St. Josef, ein Ort der Familie. Das Haus St. Josef, ein Ort der Familie.